Die Frau Zimmermann und ich haben überlegt, die wir konsumieren. So, lieber Herr Denninger. Danke schön. Ich gebe Ihnen gerade eine Stoffserie, die heute zu verließen. Das ist ein bisschen von der Karte. Hier geht es nämlich nicht nur ums Thema Sterben, hier geht es vor allem auch ums Thema Leben. Dass wir unseren Gästen nicht nur ein friedliches Sterben ermöglichen, sondern ein gutes Leben bis zuletzt. Wir erleben hier ja sehr viele berührende Momente bei den Abschieden, gerade auch mit Kindern, Enkelkindern, die sehr traurig sind. Wir weinen auch mal mit.